sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillahi, Rabbil Alamin. Wir freuen uns, diese, inshallah, gläubigen Gesichter sehen zu dürfen und bitten Allah, subhanahu wa ta'ala, den Allmächtigen darum, dass er einen jeden Einzelnen, der hier in sein Haus hergekommen ist, um seine Zufriedenheit zu erreichen. Möge Allah, azawajal, jeden Einzelnen das höchste Paradies Jannatul Firdaus gewähren. Möge Allah, azawajal, ihn dort mit seinen Lieblingen und mit seiner Familie vereinen und möge Allah, azawajal, ihn keiner Strafe aussetzen, weder in der Dunya noch in der Akhirat. Allahumma, amin. Wir freuen uns, liebe Geschwister, euch zu sehen. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Das sind diejenigen, die die Häuser Allahs füllen. Ein Haus Allahs mag vielleicht manchmal sehr ausgeschmückt aussehen und sehr verziert sein, aber subhanallah, es fehlen die nötigen Herzen, die dieses Haus füllen. Und umso mehr freut es uns, wenn wir sogar bescheidene Moscheen sehen. Aber es sind die richtigen Leute, die richtigen Herzen, die diese Moscheen füllen. Das ist viel schöner und viel angenehmer für uns. Möge Allah, subhanahu wa ta'ala, uns auf dem Weg der Sunna befestigen und uns nicht von diesem Weg abirren lassen. Allahumma, amin. Das Thema an euch, liebe Geschwister, faul geworden in der Religion. Wo ist die gefährliche Grenze? Ein jeder kann sich daran erinnern, wie eifrig er angefangen hat in dieser Religion. Also, wie viel Mühe er hereingelegt hat und wie viel Eifer er in seinen Taten hereingelegt hat, als er die Religion des Islam als einzig wahre Religion erkannt hat. Und tatsächlich ist es so, dass es keine einzige wahre Religion gibt, außer der Religion des Islam. Abu'l-Bara, du bist sehr intolerant. Ich habe nicht das Recht, so etwas zu sagen, aber derjenige, der die Himmel und die Erden erschaffen hat und alles, was dazwischen ist, er hat jedes Recht, zu definieren, was er möchte und was er liebt und was er akzeptiert. Und so sagt er uns in seinem edlen Buch im Koran al-Karim, inna ddina inda Allah, al-Islam. Wahrlich, die Religion bei Allah ist der Islam. Und ein paar gezählte Ayat weiter, Und wer auch eine andere Religion erwählt, bedeutet, als die Religion des Islam. Wer so eine andere Religion anstrebt, so wird sie nicht von ihm angenommen werden und am Tage der Auferstehung gehört er zu den Verlierern. Liebe Geschwister, wir sind Leute, die für die anderen Menschen das Gute lieben. Warum machen wir die Da'wah? Warum rufen wir zu diesem Weg? Weil wir wollen, dass die Menschen sich der Wahrheit anschließen. Aber sie entscheiden letztendlich für sich selber. Wir können die Leute nicht zwingen, denn ein Herz kann nicht dazu gezwungen werden, Allah zu dienen, subhanahu wa ta'ala. Ein Mensch könnte mit Nifaq dir gegenüber auftreten, mit Heuchelei, dass er so tut, als ob er dieser Religion der Wahrheit folgt. Aber er tut es nicht und so wird er von Allah subhanahu wa ta'ala letztendlich nicht dafür belohnt, sondern vielmehr muss ein Herz überzeugt sein von dieser großartigen Religion. Und diese vollständige Überzeugung wird dir über alle Hindernisse hinweg helfen, die dir im Laufe der Zeit begegnen werden. Und es sind harte Zeiten. Es sind Zeiten der Fittern, Zeiten der Versuchung. Und ihr seht, liebe Geschwister, wir haben es nicht nur mit Leuten zu tun, die uns Jahannam, das Höllenfeuer, verkaufen wollen. Nein, wir haben es auch mit Leuten zu tun, die unsere Hautfarbe haben und die unsere Haarfarbe haben, aus unseren Ländern kommen und zu Jahannam rufen, indem sie verschiedene Sekten und verschiedene Gruppierungen angehören. So haben wir die Fitner der Shahawad, der Gelüste, wie die Sinna, wie den Alkohol, wie die Drogen, wie die schlechten Filme. Und wir haben auch gleichzeitig die Fittern der Shubuhat, dass Leute mit komischen Meinungen kommen und uns dieses als Islam verkaufen wollen. Wer auch immer ein aufrichtiges Herz gegenüber Allah Azzawajal hat, so soll er wissen, Allah muss ihn recht leiten. Allah Subhanahu Wa Ta'ala muss ihn recht leiten. Aber wer auch immer Heuschelei im Herzen hat und Allah und seinen Gesandten nicht über alles stellen und über alles lieben und die Religion Allah Azzawajal als ihr Leben definieren, so werden sie viele Probleme im Leben haben. Und es kann sein, dass sie nicht dieses großartige Paradies, nein, nicht nur es kann nicht sein, sondern es wird so sein, dass sie nicht das Paradies erreichen, sondern Allah Azzawajal hat auch das Höllenfeuer für Leute bestimmt, die nicht auf dem Weg der Wahrheit sich befinden. Denn möge Allah Azzawajal uns immer auf dem geraden Weg belassen. Allahumma amin. Jeder kann sich erinnern, als er neu angefangen hat in der Religion. Eine Frage an euch. Wer von euch praktiziert seine Religion schon seit über zehn Jahren? Gibt es jemanden? Du bist noch nicht mal zehn Jahre alt. Seit zehn Jahren? Okay, wer noch? Wer praktiziert seit über zehn Jahren? Abu Yahya ist bekannt. Ich glaube, das sind sogar 30 Jahre. Nein, bitteschön. Auch über zehn Jahre. Allahumma be'l. Der lange Bart beweist das. Alhamdulillah. Dieses, liebe Geschwister, ist ein Weg, den man beschritten hat. Überlegt mal, seit zehn Jahren müssen wir uns jeden Tag rechtfertigen für den Weg der Wahrheit. Seit zehn Jahren müssen wir uns rechtfertigen für den Weg der wahren Religion einzig und allein. Seit zehn Jahren haben wir Diskussionen mit Leuten, die auch sich als Muslime bezeichnen, aber sie haben einen ganz anderen Weg, den sie im Islam beschreiten. Aber so soll das sein. Aber so soll das sein. Allah azzawajal hat diesen Weg steinig gemacht und diesen Weg schwer gemacht. Warum? Weil das Paradies ist nicht billig, oh Diener Allahs. Allah azzawajal sagt, Betretet das Paradies für das, was ihr an Taten gemacht habt. Niemand von uns wird das Paradies betreten aufgrund einzig und alleine seiner Taten, sondern Allah subhanahu wa ta'ala muss uns seine Barmherzigkeit schenken, dass wir hereingehen in das Paradies. Aber wann schenkt Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Barmherzigkeit? Wenn wir uns auf seinem Weg anstrengen. Wenn wir Taten gegenüber Allah azzawajal aufweisen können und du solltest wissen als Diener Allahs, dass wir auch mit unseren Taten, mit denen wir zu Allah zurückkehren, möge Allah azzawajal uns nur mit guten Taten beschäftigen lassen. Diese Taten sind niemals das Paradies wert. Stellt euch vor eine Person, er hat zwei Jahre gute Taten gemacht. Rechtfertigen zwei Jahre das ewige Leben im Paradies? Auf keinen Fall. Bedeutet, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gefragt wurde, selbst du wirst nicht durch deine Taten in das Paradies kommen? Er sagte, selbst ich nicht, außer Allah. Er weist mir gegenüber seine Barmherzigkeit, seine Rahmah. Und das ist Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, dessen Name wir erwähnen müssen, damit unser Glaubensbekenntnis überhaupt gültig ist. Und subhanal malik, liebe Geschwister, er braucht auch die Barmherzigkeit Allahs. Allah wird barmherzig sein. Und ich gebe dir die frohe Botschaft, o Diener Allahs. Wenn du auch ein sündiger Diener wie ich bist, möge Allah azzawajal uns verzeihen, in der Dunya und in der Akhirah. So sollst du wissen, wenn du den Weg beschreitest und auf deine Zähne beißt und du liebst Allah immer am meisten, auch wenn du ein Sünder bist. Und du liebst den Propheten sallallahu alaihi wa sallam anach Allah am meisten, auch wenn du ein Sünder bist. Und du definierst dein Leben nur durch den Islam. So wisse, Allah wird dich in das Paradies eingelassen. Das ist ein Versprechen von Allah azzawajal an einen jeden Gläubigen, der sich diese Mühe macht. Wir sind alle Sünder. Wenn Allah wollte, hätte er uns zu was erschaffen? Zu Engeln. Dann hätten wir nicht gesündigt. Aber er wusste, subhanahu wa ta'ala, dass wir als Menschen sündigen. Und er hat uns das auch im Koran bestätigt. Und der Mensch ist wahrlich schwach erschaffen worden. Weiß er denn nicht, was er erschaffen hat? Und natürlich weiß Allah, was er erschaffen hat. Deswegen sei guten Mutes und voller Hoffnung. Allah wird dir vergeben, auch wenn du ein Sünder bist. Auch wenn du ein mittlerer Sünder bist. Auch wenn du viele Sünden machst. Aber, was machst du im Gegenzug zu den Sünden? Tauber. Du bereust immer wieder bei Allah und kehrst immer wieder zum Weg zurück. Das muss deine feste Regel im Leben sein. Ganz gleich, was ich an Sünde gemacht habe, die Vergebung Allahs ist gewaltiger als feine Sünde. Ganz gleich. Und ihr kennt die Geschichte von dem Mann, der wie viele Menschen getötet hat? Nein. 99 Menschen getötet hat. So ging er zu jemandem, der ein Unwissensler war. Und er sagte zu ihm, gibt es für mich eine Reue? So sagte dieser Mann zu ihm, was hast du getan? Er sagte, ich habe 99 Menschen getötet. Für ihn war die Sache klar. Er sagte, so einem wie dir wird nicht vergeben werden. Dann hat er ihn auch getötet. So waren es Hunder. Und Subhanal Malik, er hat nicht aufgehört, nach der Wahrheit zu suchen. Er hatte zwar ein sündiges Herz, aber gleichzeitig hat dieses Herz nach was gestrebt? Nach der? Nach der Reue. Und so hat er diesen ganzen Weg gemacht, bis er ein Alem, einen Gelehrten gefunden hat. Und als er ihn erneut gefragt hat, ob es eine Reue für ihn gibt und der Alem, der Gelehrte ihn bestätigt hat, dass zwischen der Reue und dem Diener nichts steht, so hat er bereut und ist losgezogen und mitten auf dem Weg ist er gestorben. Allah Subhanahu Wa Ta'ala hat die Engel der Barmherzigkeit gesendet und die Engel der Strafe. Und normalerweise, wenn ein Gläubiger stirbt, dann kommen die Engel der Barmherzigkeit, um seine Seele zu nehmen. Aber dieser Mann war ein Sünder. Es kamen beide Gruppen von Engeln. Allah hat Soldaten, niemand kennt sie außer er. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا إِلَّهُ Niemand kennt die Anzahl der Soldaten Allahs außer er. Subhanahu Wa Ta'ala. Damit sind die Engel gemeint. Und sie kamen herab und haben miteinander gestritten, wer die Seele von diesem Mann nimmt. Die Engel der Strafe sagten, er war ein übles Tun da. Die Engel der Barmherzigkeit sagten, er war auf dem Weg der Vergebung. So hat Allah einen Schiedsrichter herabgesandt, der in der Form von einem Männchen kam und dieser hat geschlichtet zwischen den beiden Gruppen. So hat Allah Azza wa Jal Subhanahu Wa Ta'ala befohlen, dass man die Erde misst. Wenn er dieser Mann, der ausgezogen ist, um in ein neues Land zu gehen, ein neues Leben anzufangen, wenn er näher zum neuen Land war, als zum alten Land, wo er seine vielen, vielen Sünden gemacht hat, so wird er das Paradies bekommen. Aber wenn er näher zum alten Land war, wo er das Üble und Abscheuliche getan hat, so wird er bestraft werden. Wo war dieser Mann? Wo hat Allah seine Seele nehmen lassen? Genau in der Mitte. Genau in der Mitte. Aber die Entscheidung über ihn war noch nicht gefallen. So sagte der Hakam, der Schiedsrichter, der zwischen beiden Gruppen der Engel vermittelt hat, er sagte, richtet und misst den Abstand, wo er näher ist. Als gesehen wurde, dass er genau in der Mitte war, hat Allah der Erde befohlen, dass sie sich streckt, so dass er näher zum neuen Land gewesen ist. Und Allah hat ihn von den Engeln der Barmherzigkeit nehmen lassen. Und dieser ist ins Paradies gegangen. Das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Er vergab einen Menschen, der 99 Menschen, nein, wie viel sogar? 100 Menschen getötet hat. Hast du 100 Menschen getötet? In Berlin traue ich mich, diese Frage nicht zu stellen. Ihr wisst ja, Wedding und Kreuzberg und Neukölln, die lachen über so eine Frage. Die töten jemanden und dann gehen sie einen Döner essen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Leute recht leiten. Deswegen wollen wir heute insha'Allah ta'ala ein Hadith hören, liebe Geschwister, in eurer geehrten Anwesenheit. Wie weit darf die Faulheit gehen? Was hat unsere Religion bestimmt? Ab welcher Stufe ist es sehr gefährlich für dich und für mich? So heißt es in einer authentischen Überlieferung von Abu Huraira radiallahu anhu wa adha. Und diese Überlieferung hat Al-Tirmidiyu überliefert und Sheikh al-Albani rahimullah ta'ala sagt in As-Sahih, As-Sahih, dass sie authentisch ist. So heißt es, liebe Geschwister, dass der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sagte, mein Handy macht hier von alleine irgendwelche Sachen. Alhamdulillah. Er sagte, inna li kulli amalin shirra fatra, fa'in kana sahibuha saddada wa qarab fa'arjuh. Wa in ushira ilayhi bil asabi' fa'la ta'udduh. Er sagte alaihi salatu was salam und die Überlieferung hat Abu Huraira radiallahu anhu wa adha getätigt, jede Tat, bedeutet von einem Menschen, hat eine Stufe, die sie erreicht bis zum Gipfel. Was bedeutet bis zum Gipfel? Was ist ein Gipfel? Ein Gipfel ist die Spitze von einem Berg, liebe Geschwister. Das heißt, der höchst angesiedeltste Punkt ist der Gipfel. Jede Tat, die ein Diener Allahs macht, erreicht ihren Gipfel. Erreicht ihren Gipfel bedeutet ganz gleich, wie begeistert du die Tat machst. Mit wie viel Energie du diese Tat machst. Diese Tat erreicht irgendwann was? Ihren Gipfel. Wa inna li kulli shirratin fatra und nachdem du diesen Gipfel erreicht hast, voller Begeisterung, voller Enthusiasmus und du warst eine Person, der hat den Weg der Rechtsleitung neu entdeckt. Du warst ein schlimmer Sünder, also hast du ab jetzt alles unterlassen, was mit Sünde zu tun hat und du hast dein Herz gedreht in Richtung Rechtleitung und so bist du nur noch mit guten Taten beschäftigt gewesen. Aber bleibt der Zustand so? Bleibt der Iman so stark? Höre, was Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagte? Und jede Tat folgt, nachdem sie den Gipfel erreicht hat, so wird sie schwächer bis zu einem Zustand, wo man übermäßig faul ist und eine Pause benötigt. Allahu akbar. Und dann sagte er, wer aber dann den Weg der Mäßigung, das heißt den Weg der Mitte, Mitte einnimmt und versucht, diesen Weg so gut wie möglich zu beschreiten, so sagte Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, so hoffe ich für ihn, dass er dabei erfolgreich wird. Und derjenige, mit denen, und derjenige, auf denen mit den Fingern gezeigt wird, so nimmt ihn nicht ernst, dieser hat keine Stellung bei Allah. eine gewaltige Überlieferung. Ich wiederhole nochmal, damit man den Hadith richtig versteht. Dieser Hadith sagt aus, jeder, der gute Taten macht, der bestrebt ist, den Weg der Rechtleitung zu begehen, er kommt an einem Punkt, wo er was wird, wo er müde und nachlässig wird. Könnt ihr das alle bestätigen? Schaffen wir es immer, die Spritze zu erreichen? Es gibt Tage, liebe Geschwister, da betet man nicht nur die zwölf Sunnah, nein, man steht in der Nacht auf und betet vielleicht acht Raka oder zwanzig Raka, vielleicht sogar sechzig Raka. An diesem Tag hat man eine große Spende gegeben. An diesem Tag hat man viel vom Koran gelesen. An diesem Tag kamen Leute zu dir und wollten dich ablenken von der Ibadah mit Netflix und Co. Aber du hast kein offenes Ohr für sie gehabt. Du hast es bevorzugt, Allahs zu gedenken und die Ruhe in deinem Herzen zu bekommen. Schaffen wir das, fünf Jahre so durchzumachen? Schaffen wir es, fünf Jahre so zu leben? Antwort nein. Warum? Weil dieser Zustand bleibt nicht. Dieser Zustand, er ändert sich, muss sich ändern, Allah hat es so bestimmt. Warum? Wenn wir danach hören, wie Ibn Allah Ta'ala. Allah Azzawajal hat bestimmt, dass nachdem du in Höchstform aufläufst, auch wieder runterkommst von dieser Höchstform. Allahu Akbar. Das heißt, ich schaffe es nicht, jeden Tag das Maximale an guten Taten zu machen? Antwort nein. Und das muss so sein. Und dann sagt er, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, danach kommt die Pause. Bedeutet die Faulheit, die Nachlässigkeit. Und hier ist wichtig, dass man aufpassen muss, wie nachlässig man wird. So soll man einen Weg der Mäßigkeit annehmen. Was heißt Mäßigkeit? Weil weder übertreiben noch untertreiben. Und derjenige, der diesen Weg einnimmt, so sagte Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, so wird dieser Erfolg haben. Aber wer so viel Macht übertreibt in der Anbetung, bis die Leute mit dem Finger auf ihn zeigen und sagen, das ist Abu Ibadah. Und sie zeigen mit dem Finger, so sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, dieser ist verloren. Wir wollen diesen Hadith jetzt erklären, damit es keine Missverständnisse gibt. Als wir darüber geredet haben, dass du es niemals schaffen kannst, immer die meisten und besten Taten jeden Tag zu verrichten. So ist dieses Fakt. Du wirst das nicht lange schaffen können. Aber gleichzeitig, auch wenn du diese Nachlässigkeit bekommst, dann in deinen Taten und diese Faulheit bekommst in deinen Taten, musst du jetzt darauf achten, dass du trotzdem in deiner Religion mäßig bleibst. Was heißt das? Dass du nicht übertreibst und nicht untertreibst. Weil, wenn du jeden Tag aufs Maximum gehst, was wird passieren? Bitte? Intensivstation. Richtig. Sehr gutes Wort. Man kommt tatsächlich in die Intensivstation. Warum? Weil keiner hält das aus. Das hält keiner durch. Abu'l-Bara. Allah liebt es doch, dass ich gute Taten mache. Richtig. Aber Allah hat uns nicht zu, was erschaffen? Zu Engeln. Die Engel, weder trinken sie noch, noch essen sie. Die Engel werden niemals müde, Allah anzubeten. Sie dienen Allah von morgens bis abends. Und sie widersetzen sich Allah nicht. Keine einzige Sünde macht. Das sind die Engel. Und wisse, du bist keiner, die seine. Auch wenn manche es sich wünschen, Allah hat uns einfach nicht zu Engeln erschaffen. Sondern Allah hat uns zu Menschen erschaffen, die schwach werden. Allah hat uns zu Menschen erschaffen, die manchmal ihren Gelüsten folgen. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir es auch nicht schaffen, immer diese Höchstform anzustreben und wir kommen runter von diesen Taten, dann dürfen wir aber auch nicht untertreiben, was denkt ihr, wo ist der Punkt der Untertreibung? Wo ist dieser erreicht? Wo ist der Punkt der Untertreibung erreicht? Bitteschön. Sehr gut. Wenn man seine Pflichttaten vernachlässigt, wie viele Gebete haben wir am Tag? Fünf Stück. Bir, iki, üç, dört, beş. Bechtana. Fünf Stück. Tamsa. Uno, dos, tres, weiter. Quattro, cinco, seis. Fünf Gebete. Ich will, dass jeder das versteht. Bei diesen Gebeten gibt es keine Höchstform oder Tiefstform. Nicht, dass jemand sagt, Abulwara, MashaAllah, jetzt liebe ich dich noch mehr. Du hast uns heute den Startschuss gegeben, dass wir endlich, endlich die Taten lassen und uns jetzt ausruhen auf unserer faulen Haut. So heißt es. Ab zur Party. Das ist das, was viele Leute denken. Aber nein, das haben wir nicht gesagt, liebe Geschwister, sondern wenn du auch nicht die Höchstform ständig erreichst und du wirst es niemals erreichen. Wie waren wir im Ramadan? Wie in anderen Monaten? Schaut mal, der eine oder andere von uns vor Ramadan, er war schwach. Der brauchte wirklich die Intensivstation. Aber als er im Ramadan angekommen ist und jetzt lasst uns über die Hekma sprechen, warum Allah das so gemacht hat, dass wir nicht immer zur Höchstform auflaufen können. Was denkt ihr, welche Hekma steckt dahinter? Welche Weisheit von Allah steckt dahinter? Dass wir nicht immer zur Höchstform auflaufen können. Immer die volle Energie, den vollen Akku haben, 100%. Warum? Wer hat eine Antwort da drauf? Tafadda. Sehr schöne Antwort. Bitteschön. Damit man mobiliert wird. Ja. Ja. Damit man die Gaben verliert. Damit man die Gaben nicht verliert. Richtig. Und? Wunderschöne Antworten habt ihr gegeben, liebe Geschwister. Stellt euch vor, eine Person hat zwei Tage gesündigt. Zehn Tage gesündigt. Aber er kennt auch die Süße im Herzen, als Allah ihn rechtgeleitet hat. Und er ist nach Hause gelaufen, hat den Koran gelesen. Er ist nach Hause gelaufen, hat das Gute getan. Er ist zur Moschee gelaufen, um das Gemeinschaftsgebet zu machen. Das ist eine Halwa, eine Süßigkeit, die Allah azawjalli ihm an gibt. Bleibt die Süße? Nein. Sondern sie kommt und sie geht. Wann kommt sie jedes Mal? Wenn du dich anstrengst. Aber sie geht auch wieder. Warum? Damit du diesen Zustand immer wieder voller Sehnsucht erreichst, dass du wieder zu Höchstform aufflugst. du hast ein paar Tage deine Religion vernachlässigt. Was meinen wir mit vernachlässigt? Nicht die nicht die Pflichten, sondern in deinen Sunnataten. Wallahi l'Azim, liebe Geschwister, es gibt Leute, der blutet, wenn er eine Sunna unterlässt, die keine Pflicht ist. Er blutet, wenn er an einem Tag nichts vom Koran lesen kann. Mit Blut meinen wir es schmerzt ihn. es schmerzt ihn, dass wenn er an einem Tag nicht Vikrullah in einer anständigen Art und Weise machen kann. Er schmerzt ihn. Er weint sogar. Es gibt Leute, wenn sie an einem Tag keine Sadaqa geben, dann hat er so einen tiefen Schmerz in seinem Herzen. Es gibt Leute, wenn sie an einem Tag für ihre Eltern nichts tun und ihre Eltern nicht fragen, was sie an diesem Tag von ihnen brauchen, dann sagt er sich, dieser Tag ist ein verlorener Tag. Das sind Leute, die zu den besten Dienern gehören, sie wetteifern in den Sunna-Taten. Über Pflichttaten brauchst du gar nicht mit diesen Leuten zu sprechen. Aber auch derjenige, der die Sunna-Taten macht, wenn er nicht zur Höchstform auflaufen kann, so kommt er runter. Und ein paar Tage lebt er nicht so, wie die Tage davor, wo er die besten Taten voller Energie gemacht hat, so kommt er runter von diesen Tagen und dann kommt eine nächste Situation, zum Beispiel das Fasten von Haschura. Oder das Fasten in anderen Tagen und in anderen Monaten, die Umrah, die Hajj. Schaut man, subhanallah, wie sein Iman dann wieder aufblickt. Und da hast du eine Sehnsucht dazu. Kennt ihr Leute? Der war ein langer Sünder und er weiß, er hat jetzt eine Umrah-Reise vor sich. Er freut sich auf diese Umrah-Reise, weil er weiß, dass er sich dort reinigen wird. Herr Wallach, das ist so. Diese Sehnsucht hast du. Und warum lässt Allah nicht diesen Dauerzustand? Weil eine Person, wenn er dauernd so verfahren würde in der Höchstform, er würde irgendwann in der Religion was? Übertreiben. Übertreiben, liebe Geschwister. Und das hat unsere Religion uns verboten. Insofern sollten wir verstehen, dass diese Überlieferung was meint? Du sollst versuchen, immer auf einem geraden Weg zu bleiben. Deine Pflichten darfst du niemals anrühren. Das ist sowieso nicht gemeint. Und aufpassen, liebe Geschwister. Ein Gebet, welches du verpasst, ein Gebet, bringt dich bei Allah in eine andere Stelle. Der gesamte Mohammed, Sallallahu aleyhi wa sallam, sagt dir in einer authentischen Überlieferung, Ba'al-Bukhari und Muslim. Und ihr sagt mir, welches Gebet? Man taraka salata Punkt, Punkt, Punkt. Allahumma Ich habe es hier mit Gelehrten zu tun, deswegen muss ich auf jedes meiner Wörter achten, Inshallah Ta'ala. Aber Gelehrte, die auch falsch sitzen. Bisschen hoch, Inshallah. So. Wer das Asr-Gebet unterlässt, hört, so ist es, als ob er alle Taten verloren hätte. Allahu ekbar. Über wie viele Gebete reden wir? Über? Ein Gebet. Wisst ihr, dass manche Gelehrte gesagt haben, der ist raus aus der Religion? Das ist nicht die Mehrheit der Gelehrten. Und die Mehrheit der Gelehrten hat richtigerweise gesagt, dass, liebe Geschwister, damit gemeint ist, die Taten an diesem Tag, die er gemacht hat, sind, sind weg. Gewaltig. Das geht um ein Gebet. Was denkt ihr, wenn wir jeden Tag das Fajr-Gebet verpassen? Und gerade das Fajr-Gebet und das Asr-Gebet, das Frühgebet und das Nachmittagsgebet, derjenige, der auf diese Gebete achtet, und der Prophet hat einen bestimmten Namen dafür gebet, wer das Fajr- und Asr-Gebet immer regelmäßig und pünktlich betet, so hat er bei Allah das Paradies verdient. So hat er bei Allah das Paradies, Wallahi, und ich sage es mit Yaqin, mit Gewissheit, weil das ein Hadith ist, so hat er bei Allah sich das Paradies verdient. Aber gleichzeitig, die Medaille hat auch eine Kehrseite. Wer nur das Asr-Gebet verpasst, was meinen wir mit verpasst? Einer, der es verschlafen hat, ist der damit gemeint? Ist damit jemand gemeint, der nicht nur das verschlafen hat, sondern er hat komplett vergessen, was uns passieren kann? Aber wir glauben dir nicht, dass du sagst, seit einem halben Jahr vergesse ich die Gebete. Das glauben wir dir nicht. Aber es kann sein, dass jemand einmal das Gebet vergisst. Dieser ist nicht gemeint. Dieser holt das Gebet sofort nach, nachdem er sich daran erinnert hat oder nachdem er aufgestanden ist aus seinem Schönheitsschlag. Wir meinen Leute, die ihr Gebet, auch wenn es nur ein Gebet ist, am Tag nicht machen. Du bist in einer gefährlichen Situation, Achille Kelly. Allah hat uns nur erschaffen, damit wir ihm dienen. Und ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, unterstreicht das tausendmal, damit sie mir dienen. Und Allah sagt, sprich mein Gebet, mein Opfer, mein Leben und Tod. Allahu Akbar. Gehören Allah. Wem gehört unser Leben? Wem gehört unser Tod? Wem gehören unsere Gebete? Allah hat uns nur dafür erschaffen. Und Allah, azzawajal, sagt, innallaha stara stara ich. Was hat Allah subhanahu wa ta'ala gekauft? Und von wem gekauft? Was hat er gekauft? Er hat, nochmal bitte, die Seelen und noch etwas. Und? Und ihr? Und ihr Vermögen. Gekauft damit sie was bekommen? Ich will es hören. Das Paradies. Allah ist der Käufer subhanahu wa ta'ala. Mit Käufer meine ich nicht Namen Allahs Käufer. Sondern er kauft von dir deine Seele. Was bedeutet er kauft deine Seele? Du lebst zur Zufriedenheit Allahs. Vor dir ist ein Glas Alkohol. Wenn du Allah zufrieden machen willst, trinkst du oder trinkst du nicht? Oder nur ein bisschen? Du trinkst nicht. Wenn vor dir ein Joint ist. Manche haben so einen Joint, der ist länger als ein Siwa. Rauchst du oder rauchst du nicht? Du rauchst nicht. Steffi mit grünen Augen, 22 Jahre, Fingernägel wie eine Robkatz. Du sagst dir, ich stehe auf dich. Darfst du sie dir zur Freundin nehmen oder nicht? Jokal. Nein. Du lebst für wen? Für Allah. Und dieses Leben für Allah wird Allah dir eintauschen mit was? Mit dem Paradies. Eine Frage. Wer denkt im Paradies an einem Joint? Wer denkt im Paradies an Alkohol? Im Paradies gibt es den besseren Alkohol? Wer denkt im Paradies, liebe Geschwister, daran, an eine Frau, die nicht nennenswert ist, sondern im Paradies hat ein jeder Paradiesbewohner was? Hohro wenn eine Frau von den Paradies Jungfrauen nur auf die Erde schaut, sie schaut von oben herunter auf die Erde, was passiert? So wird sie die gesamten Himmel und Erden mit Licht füllen. Mit Licht füllen. Und sie wird alles mit einem wunderschönen Geruch füllen. Wo findest du so eine Frau in der Dunia? Sag es mir. und eine Frau wie der Gesandte uns das in einer Überlieferung gesagt hat, jedes Mal wenn der Paradiesbewohner am Freitag in Al-Jannah im Paradies zum Markt geht und wieder zurück geht, dann seht ihr, seine Frau ist noch hübscher geworden. Hübscher, sie wird immer hübscher. Was wird sie hier? Anders, damit wir unsere Schwestern nicht auch unsere Schwestern segnen. Das ist die Sache. Daher, dieses ist für dich, oh Diener Allahs. Warum? Weil du hast darauf verzichtet, deinen Gelüsten zu folgen und hast auf die große Belohnung von Allah gewartet. Liebe Geschwister, diese Überlieferung, die wir gerade gehört haben, dass jede Tat ihren Gipfel erreicht und dass dieser Gipfel niemals ständig von dir letztendlich auch so beschritten werden kann. Das heißt, es muss so sein, dass du von diesem Gipfel wieder herabkommst. so hat diese Geschichte einen Hintergrund. Und die Überlieferung ist bei ihm ein Muslim. Von Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu ad-da. Er sagte, mein Vater hat mich verheiratet. Bedeutet, er wollte eigentlich gar nicht heiraten. Und er kam öfter zu mir nach Hause, mein Vater, und fragte meine Frau, wie das Zusammenleben mit mir zusammen ist. dann sagte sie, seine Ehefrau zu dem Vater, sie sagte, du hast einen guten Sohn, aber niemals hat er das Schlafzimmer betreten. Er ist niemals in das Schlafzimmer hereingekommen. Und niemals habe ich mit ihm ein privates Plätzchen finden können. So heißt es in einer Überlieferung, sagte Abdullah ibn Amr ibn Asr dann kam mein Vater zu mir und hat mich gebissen. Weil er sauer war auf mich. In einer anderen Überlieferung sagte er, ich werde dich zum Propheten bringen. Dann kam es zu dem Zusammentreffen mit dem Propheten und ihr solltet wissen, Abdullah ibn Amr war sehr jung. Er war vielleicht 16, 17 Jahre alt gewesen. Dann, als er zum Propheten kam, fragte ihn dieser, wie fastest du? Er sagte, ich faste jeden Tag. Ich faste was? Jeden Tag. Dann fragte er, wie viel liest du vom Koran? Er sagte, ich beende das Lesen des Korans jeden Tag. Er fastet jeden Tag und er liest jeden Tag komplett den Koran durch. was hat er gemacht? Er hat jeden Tag den Koran komplett durchgelesen. Und ihr solltet darauf achten, liebe Geschwister. Amr ibn Has er war ein junger Mann und er hat die Ibadah geliebt. Aber jetzt sehen wir, wie derjenige, der die Ibadah auf beste Art und Weise vollzogen hat, nämlich Rasulullah sallallahu alai was salam, ihn so gelassen hat oder ihn korrigiert hat. Dann sagte er, ich lese den Koran jeden Tag und ihr müsst mal überlegen, an dem Tag, als seine Frau reingeholt wurde, das war ja der Tag der Hochzeit. Sie hat ihn nicht gesehen. Er hat die ganze Zeit Qiyam und Leih gebetet. Sie hat ihn nicht gesehen, liebe Geschwister. Dann sagte er zu ihm, nachdem er ihm gesagt hat, ich lese jeden Tag den Koran, dann sagte er zu ihnen, tu das nicht mehr. Tu das nicht mehr bedeutet, was warum hat der Prophet ihn davon abgehalten, Masha Allah Alekoum. Ja, sehr gut. Hallah Mabarak. Warum hat der Prophet ihn davon abgehalten, dass er diese eigentlich schönen Taten jeden Tag macht? Warum? Aus welchem Punkt? Sehr gut. Der Prophet hat das selber nicht getan. Weiter. sehr gut. Der Mann hat nicht nur die Ibadah im Leben, sondern, und das beweist uns eine andere Überlieferung, es gab einen Mann, der hat mit seiner Frau niemals etwas gemacht. Sie hat sich beschwert, weil er nur entweder gefastet hat oder in der Nacht gebetet hat. Und dann kam an diesem Tag Salman und er sagte zu ihm, deine Frau hat ein Recht auf dich und deine Seele hat ein Recht auf dich und Allah hat ein Recht auf dich. Dieser Mann ist gleich zum Propheten gegangen, um zu fragen, ob er die Wahrheit gesprochen hat. Dann sagte ihm der Prophet hat die Wahrheit gesprochen. Das heißt, wir sind nicht nur da, um nur zu beten. Nochmal, wir sind keine Engel, weil es gibt Geschwister, der, wenn er die Rechtleitung erfährt, dann kommt er in die Moschee, dann nagelt er die Fenster zu, sodass auch keine Luft mehr reinkommt und er ist die ganze Zeit nur am beten und Dua machen. Ist das von uns gefordert? Sondern vielmehr sollen wir welchen Weg gehen? Den Weg der Mäßigkeit, den Weg der Mitte, weil du wirst schnell überdrüssig werden. Du wirst irgendwann dieses als Langeweile empfinden. Aber wenn du deine Riberdad immer variierst, manchmal hörst du ein Darz, manchmal liest du ein Buch, manchmal gehst du direkt in die Moschee und hörst dort ein Darz Leib. Dieses, dass du dich immer wieder neu wandelst, wird auch immer Freude in deinem Herzen bringen. Es ist nicht immer das Gebet, liebe Geschwister, manchmal wenn du eine Weise siehst, dann streichest du ihn über den Kopf. Weil das Streichen über den Kopf von einer Weisen bringt uns was? Bitte? Was bringt uns das? Nein. Wer sich um eine Weise kümmert, wer sich um eine Weise kümmert, liebe Geschwister, eine Weise ist jemand, der keinen Vater Teil oder keinen Mutter Teil hat oder meistens auch vielleicht kein Vater und keine Mutter möge Allah diesem Leuten einen Ausweg geben. Er kann auch etwas älter sein, kein Problem. Wenn du dich um ihn kümmerst, so wirst du mit Rasulullah so im Paradies sein. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Und was heißt kümmerst? Du musst nicht jeden Tag mit ihm zusammen sein, aber du fragst nach ihm, versuchst mit ihm zu reden. Und es gibt viele Projekte, mit ihm so sein im Paradies. Das sagte er nicht über jemanden, der für eine Million eine Moschee baut. Das sagte er nicht über jemanden, der eine Million spendet, sondern wer zu dieser Weise so ist. Allahu Akbar. Das ist viel leichter, Rasulullah nahe zu sein im Paradies. Oder ein Mann, der kam und die Überlieferung ist bei der ihm sagt, ja Rasulullah, ich reingehst, so wirst du in der höchsten Stufe mit den anderen Propheten sein. Wenn ich aber das Paradies erlangen sollte, realistisch, Sahabi, Allahu Akbar, wir sind schon im Paradies. Manchmal redest du mit Brüdern, er sagt, ja, ich will nicht neben dem wohnen im Paradies. Wenn ich das Paradies erlange, so denke ich immer daran, dass ich dich sehe im Paradies und dann werde ich traurig, weil ich weiß, dass ich niemals deine Stufe erreichen werde. Schau mal, was seine Belange war im Paradies, dass er mit wem zusammen ist, mit Rasulullah sallallahu alaihi wassalam. Was sagte er ihm dann als Trost? Er sagte, was gab er ihm für einen Tipp? Wer sagt mir das? Was sollte er machen, damit er ihm nah ist ? Nein? Das ist eine andere Überlieferung. Was verlängern? Er soll was verlängern? Den Sujud. Den Sujud. Und so versucht das, liebe Geschwister, wenn ihr alleine seid, dass ihr einen langen, langen Sujud macht. Wallahi, das ist Erholung. Masruq radiyallahu anhu wa'adda wa rahimun Allah ta'ala einer der Tabi'in. Er ist bei der Hajj, als er bei der Hajj war, regelmäßig im Sujud eingeschlafen, weil er so lange den Sujud gemacht hat. Dann sagten die Leute zu ihm, was tust du da? Er sagte, ich suche nach Erholung. Ich suche nach Erholung. Er hat sein Sujud verlängert. Macht das. Legt euren Kopf auf den Boden auf den Es gab damals einen Polizisten, der kein Muslim war. Und dieser war in einer bestimmten Gegend tätig, liebe Geschwister. Und eines Tages hat er eine Moschee gesehen und er sagte sich, ich verstehe die Muslime nicht, was haben sie davon, wenn sie sich niederwerfen. Und dann hat er geguckt, es war keiner zu sehen, dann ist er in die Moschee reingegangen, weil er wollte alleine sein, ungestört. Dann hat er sich einmal niedergeworfen, nur um zu sehen, was die Muslime dabei fühlen und spüren. Als er sich niedergeworfen hat, hat er erkannt, dass sein ganzes Leben eine Lüge war und er hat den Islam angenommen. Eine Niederwerfung. Eine Niederwerfung. Was fühlen wir in dieser Niederwerfung? Wie nah wir Allah sind, was Urwa ibn Zubair er sagte, und das war nach dem Tod vom Propheten ging er an Aishas Wohnung vorbei. Und ihr wisst, damals gab es nicht diese Bedeckung in dem Sinne. Manchmal konnte man so schimmerweise reingucken. Er sagte, als ich an diesem Fenster von Aisha vorbeiging, habe ich gesehen, dass sie im Sujud war. So bin ich zum Markt gegangen und habe meine Erledigung gemacht. Und ich kam nach Stunden später und sie war immer noch im Sujud. Aisha radiyallahu anha wa abdaha. Diese Leute wissen, wo sie ihre Glückseligkeit finden. Aber bei uns ist es Netflix, Playstation, ein gelbes Raumschiff abschießen, das 20. Ich frage dich, hast du einmal wirklich Glückseligkeit dabei gespürt? Ja, manch einer sagt dir, takbir Allahu akbar, wenn er ein Raumschiff abschießt. Subhanallah, sagt man zu so etwas takbir? Was hat das jetzt mit deinem Leben zu tun? Weder in der Dunja hast du einen Nutzen, noch in der Acher. Wenn, dann spiel selber Fußball. Mach selber etwas für dich und beweg dich. Davon hast du mehr, als dass du irgendwelche Spiele spielst. Und daher, ja, ich war, schaut mal Subhanallah, die besten Taten sind nicht die meisten Taten. Viele Leute denken, je mehr Taten ich mache, umso besser. Nein, Allah sagt im Koran, derjenige, der den Tod und das Leben erschaffen hat, damit er euch prüft, wer die besten Taten macht. Die Salaf sagen über diese Ayah, Allah sagt hier nicht die meisten Taten, sondern die besten Taten. Und die besten Taten bedeutet ohne Zweifel, ohne Zweifel, dass du lieber zwei Rak'ah mit Konzentration betest, mit Demut betest, als dass du 50 Rak'ah ohne Konzentration, ohne Demut betest. Und der Prophet Und damit schließen wir ab, liebe Geschwister, so heißt die Überlieferung von Aisha und diese Überlieferung ist bei Iman Muslim, er sagte Die liebsten Taten bei Allah sind die man was regelmäßig macht, wenn sie auch wenig sind. Allahu akbar. Warum sagte er regelmäßig und warum sagte er wenn sie wenig sind? Wer sagt mir das? Kontinuierlich richtig, regelmäßig. Weil eine Person, der jeden Tag 50 Cent spendet zum Beispiel oder 20 Cent was erzieht er? Er erzieht seine Seele. Er erzieht sich. Eine Person, der in der Nacht aufsteht und wenn er auch nur eine Raka betet in der Nacht, er erzieht damit seine Seele. Aber eine Person, der sagt dir, was sollen 20 Cent bringen? Was sollen 50 Cent bringen? Wenn ich in der Tasche habe und der brennt, dann hole ich den raus und gebe ihn knallhart in diese Box. Wie oft gibt der das? Gar nicht. Der nimmt sogar noch was raus aus der Box. Möge bewahrt bewahrt. Nein, der macht nichts. Der redet nur. Aber der jenige, der jeden Tag 10 Cent, 20 Cent, 30 Cent, wenn sich das auch nicht viel anhört, schaut mal, was Rasulullah in einer authentischen Überlieferung bei Ibn Hibban sagte, bitte Mädchen. Etwas ruhiger. Er sagte in einer authentischen Überlieferung, ein Dirham übersteigt 100.000 Dirham. Allahu akbar. Was heißt, er übersteigt 100.000 Dirham? Weil eine Person, der nicht viel Geld hat und er gibt ein Dirham, das ist für ihn ein Vermögen und dieser Dirham hat mehr Wert bei Allah als eine Person, der ist Multimillionär, wenn er 100.000 gibt, ist für ihn gar nichts. Deswegen sieh das nicht als klein. Und wenn du eine Person bist, der auch nur eine Raka in der Nacht betet, dann wisse, so hast du über vielleicht 100 Raka im gesamten Jahr gebeten. Und wenn diese Gebete mit Konzentration und Demut gewesen sind, dann gehörst du zu den Gewinnern. Und daher müssen wir das richtige Verständnis haben. Es geht nicht darum, viel zu machen und irgendwie zu machen. Wir haben Leute, er macht Dikr, er macht lange Dikr, aber sein Dikr ist kein Dikr. Zum Beispiel, er spricht die Wörter nicht richtig aus. Das ist kein Dikr, sondern mach das mit Demut. Konzentrier dich und versuche dir Allah zu vergegenwärtigen, wie gewaltig er ist. Das ist viel besser, weil das hat einen Einfluss auf deine Seele. Aber dass wir die Taten schnell machen und viel machen, davon haben wir nichts, liebe Geschwister. Wir sehen das, dass manche Leute an Bidda'at Tagen in die Moscheen gehen und sie beten 100 Rakat. Wie viele Gebete macht er am Tag von den Pflicht gebeten? Gar keins. Bringen in diese Rakat etwas? Überhaupt Möge Allah uns auf einen geraden Weg befestigen und Möge Allah uns das richtige Verständnis für die Religion geben. Habe ich etwas Gutes gesagt? Ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt? Ist es von mir und von As-Shaaytan? Möge Allah mir vergeben. Subhanakla wa bihamdik ashadu an la ilah in an as-saghfiru u-tubu leek Allahum wa salli wa sallim wa barik ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in barak laufikum wa jazakum la khairan. Wir haben jetzt insha'Allah ta'ala eine Konvertierung und dann biizhnillah ta'ala machen wir weiter mit dem Frageteil liebe Geschwister.